Riko An einem Sonntagmittag rief Rikos Mutter Riko zu einem Gespräch. Riko, kommst du mal bitte? Ja Mama, was ist denn? Riko ging zu seiner Mutter ins Wohnzimmer. Es geht um Esser 2000. Aha. Er entführt Kinder. Dann ruft er bei den Eltern an und sagt, ich gebe ihnen das Kind nur ganz zurück, wenn sie mir dafür 2000 Euro geben. Wenn sie ihr Kind ganz wieder haben möchten, geben sie mir besser die 2000 Euro. Damit meint er natürlich, dass die Kinder nicht ganz, sondern klein gehakt oder tot sind. Ich möchte bitte, dass du vorsichtig bist, wenn du draußen sein solltest, okay? Ja Mama. Als wenn dieser Müsse 2000 nur mich klauen würde, also echt. Das dußt auf euch und eure Kinder auf. Also bis folge. Lol. Live happy. Live happy. Live happy. Live happy bitch. Live happy. Live happy. Live happy,blaär irregular mitgliedada don. Live happy moi. Live happy,bla fier theater. Untertitelung des ZDF, 2020